Hallo, in diesem Video erkläre ich, wie ihr in Latex japanisch benutzen könnt, oder auch koreanisch oder auch chinesisch. Ich habe nicht getestet mit den anderen zwei, dürfte aber gehen. Dazu habe ich mal eine Liste hier vorbereitet. Der wichtigste Punkt ist, in Text und Latex funktioniert es gar nicht. Also vielleicht mit irgendwelchen Tricks, aber lasst es am besten. Was ihr wollt, stattdessen ist XE Latex. Das installiert ihr euch. Und außerdem braucht ihr das Paket langCJK. Wenn ihr auf Linux arbeitet und TextLive benutzt, dann, und das ist der Standard, dann könnt ihr einfach TextLiveLangCJK benutzen. Und warum glaube ich eigentlich, dass das mit koreanisch und chinesisch auch funktioniert? Das ist, weil das für chinesisch, japanisch und koreanisch dasteht. Okay, und dann die Grundstruktur des Dokuments hat sich ein bisschen geändert. Hier unten haben wir den Teil, der so ist wie immer. Aber wir haben eine andere Document Class, und zwar haben wir jetzt einen BXJS-Artikel. Und ihr braucht auch auf jeden Fall das Ding hier, um dem System zu sagen, ihr benutzt japanisch. Weil, ihr seht ja, das Paket ist ja für chinesisch, japanisch und koreanisch. Also irgendwie ist das alles so in einem, ist irgendwie technischer Kram. Auf jeden Fall braucht ihr das in jedem Fall. Und ihr müsst auch auf jeden Fall sagen, dass ihr XE Latex haben wollt. So, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Schauen.